Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. Christen denken in dieser Zeit besonders an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Gerade in einer Kreuzwegandacht wird das Geschehen rund um die Passion Christi den Gläubigen regelrecht vor Augen geführt. Das kann in der Betrachtung der klassischen 14 Stationen des Kreuzweges erfolgen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das damalige Geschehen in unsere Zeit hereinzubringen. Denn vieles von dem, was die Menschen damals mit Jesus machten, das machen sie heute wieder. Mit Texten, die das bischöfliche Hilfswerk Miserior zusammengestellt hat, betete eine Schar Gläubiger in Tauberfeld den Kreuzweg. Organisiert wurde die Andacht vom Zweigverein Tauberfeld des Katholischen Deutschen Frauenbundes und von der Ortsgruppe Buchsheim-Tauberfeld der Katholischen Arbeitnehmerbewegung der KAB.